So, einen wunderschönen guten Morgen liebe Zuschauer hier auf Tickmill bei den täglich neuen Handelsideen. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Marktbesprechung. Ich sehe gerade im Livestream hier auf Facebook ist mein Bild noch schwarz, obwohl ich in der Vorschau sehe, dass wir hier eigentlich eine Übertragung meines Monitores sehen sollten. Da habe ich kurz die Bitte, dass mir der ein oder andere mal eine Rückinformation gibt, ob das Bild zu sehen ist. Heiko, einen schönen guten Morgen. Vielleicht an Sie mal die Bitte, wenn Sie den Bildschirm sehen, mir einfach mal kurz ein kleines Zeichen zu geben, weil ich bekomme hier in der Vorschau auf Facebook leider nur einen schwarzen Bildschirm heute. Super, alles klar, dann ignoriere ich das Bild einfach und wir gehen direkt in die heutigen Handelsideen hinein. Wir starten natürlich wie immer mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen ist mit Risiken verbunden. Er kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ich hatte es ja am letzten Freitag auch schon angekündigt. Diese Woche ist eine Woche, die wird ein bisschen ruhiger. Wahrscheinlich nicht ganz so viele Bewegungen, die wir hier sehen an den Indizes, weil in den USA heute nur halber Handel ist. Morgen ist Feiertag in den USA. Das wirkt sich immer so ein kleines bisschen aus. Das sehen wir auch in den entsprechenden Bereichen, wie die Tageskerzen sich bewegen. Aber wenn der Handel relativ ruhig ist und es keine Störfaktoren gibt, kann es halt auch immer wieder zu schönen Bewegungen kommen. Oder aber solche Nachrichten wie gestern Abend, dass es doch eine Einigung zwischen den Politparteien hier in Deutschland gab, hat dann natürlich den DAX auch ein bisschen beflügelt. Wir starten heute gut in den Tag hinein mit schönen Kurssteigerungen. Also das sind die Dinge, die sind dann positiv und die haben dann natürlich auch positive Auswirkungen entsprechend auf die Bewegungen. Schauen wir mal, was die Nachrichtenseite heute alles bringt. Es ist nicht ganz so viel los. Sie sehen es hier auf dem Bild. Es gibt keine Nachrichten mit der höchsten Relevanz. Hier sind die Nachrichten, die heute kommen um 11 Uhr. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone. Wir haben hier eine Prognose von einer Zunahme von 0,1%. In diesem Zusammenhang gibt es dann auch um 11 Uhr noch das Thema Erzeugerpreis, Index und Einzelhandelsumsätze für das Jahr mit dem Monat Mai. Also das passt alles hier ins Bild mit 11 Uhr Nachrichten in Europa. Um 16 Uhr gibt es aus den USA dann noch ein paar Nachrichten zum Thema zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, der Auftragseingang für langlebige Güter für den entsprechenden Monat und der Gesamtauftragseingang für den Monat Mai. Und um 18 Uhr hält EZB, EZB gerade präht eine Rede. Also hier kann es auch immer mal zu Bewegungen kommen. In den Momenten, wenn die EZB spricht, hat das häufig Auswirkungen auf Währungen, die mit dem Euro korrelieren. Also das bleibt interessant mal abzuwarten und am späten Abend hier bei uns in Deutschland um 22.30 Uhr gibt es noch den API Rohöl Lagerbestand. Der hat ja in der letzten Woche sehr, sehr stark abgenommen. Sie sehen, eine Prognose fehlt hier momentan noch. Wir lassen uns mal überraschen, was da so kommt. In der letzten Woche hat dieser deutliche Rückgang doch für einen deutlichen Anstieg im Ölpreis besorgt. Wir hatten das Thema ja auch den Trade, den ich Ihnen hier vorgeführt habe. Also alles von der Seite her. Interessante Nachrichten. Elena, einen schönen guten Morgen auch dir. Schön, dich heute wieder live dabei zu haben. Das sind also die Tagesnachrichten, die wir hier momentan auf der Uhr haben sollten. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die Charts hinein. Ich habe heute für Sie vorbereitet den Chart vom Kandola, japanischen Yen, vom US-Dollar, Kandola. Und wir schauen uns mal den italienischen Index an. Hier bei Tickmill das Kürzel Italy 40, also Italy 4.0. Und wenn Sie die Chart-Analyse auch mal mit anderen Programmen machen oder sich mal einen Future anschauen, dann ist es das MIB, was Sie da in dem Augenblick auch sehen. Also hier haben wir jetzt die Charts und wir gehen dann direkt einmal in das erste Währungspaar hinein und zwar den Kandola, japanischer Yen. Starten wir auch wieder auf Tagesbasis. Das sind Sie ja gewohnt von mir. Was sehen wir hier in der Tagesbasis? In der Tagesbasis sehen wir einen bestehenden Abwärtstrend, der jetzt schön tief korrigiert hat und im gestrigen Tagesverlauf hier um das Vortageshoch zu preisen von ungefähr 84,396 ein Hoch gefunden hat und dann aus diesem Hoch heraus deutlich abverkauft hat. Also gestern hat sich hier im Tageschart eine Kerze gebildet, die ist so ein bisschen von Unsicherheit geprägt, weil wir hier einen Kerzenkörper haben, der irgendwo in der Mitte der Kerze liegt. Wir haben einen deutlichen Ausschlag nach oben und einen deutlichen Ausschlag nach unten. An dieser Stelle können halt immer zwei Dinge passieren. Das erste, was passieren kann, ist, dass diese Kerze nach unten durchschritten wird. Das heißt, wir hatten ja von oben heraus etwas Schwäche bekommen, weil der Markt nach unten gelaufen ist. Bestätigt sich dieses Verhalten, das heißt, bleibt der Markt wieder schwach, dann ist es so, dass der Markt möglicherweise hier unten runterläuft und die Bewegung, also wir haben jetzt hier die Korrektur dieses übergeordneten Abwärtstrans, dass die Bewegung hier wieder anfängt nach unten zu laufen, dann wäre das Marken, wo wir dann auf der Unterseite mal nach Unterstützung schauen könnten und die liegen dann hier im Chart, ich habe es Ihnen eingeschaut an, den tiefsten Vortageskerzen, das heißt irgendwo um die 83,225 und die 82,474. Dieter Körner, guten Morgen, schön, dass Sie auch live hier dabei sind. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, kommen Sie einfach damit hier im Chat auf mich zu und ich schaue gerne auch den einen oder anderen Wunschmarkt an. Und hier sind wir gerade im Cannes-Dollar an der zweiten Unterstützung angekommen und Sie sehen, Ziel dieser Bewegung erstmal wäre mal wenigstens, wenn sich dieser Trend vorliegt, fortsetzen soll, das Tief hier natürlich, das aktuelle Trendtief um die Preismarke von 82,215. Das ist die Unterseite. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sehen ja momentan, dass der Markt hier nicht nach unten weiterläuft, sondern wir sehen momentan etwas Bewegung nach oben. Da haben wir auf der Oberseite natürlich, kann der Markt ja auch diese starke Bewegung weiter fortsetzen, haben wir auf der Oberseite natürlich den ersten Widerstandsbereich, da sind auch die ersten Tageshochs, die hier vor uns liegen bei 84. Das Tageshoch von gestern war bei 84,405 in etwa, also um die Marke von 84,4. Das wäre der erste interessante Bereich, wo der Markt hier reinlaufen könnte. Bleibt die Stärke weiter bestehen? Sie sehen es, weit weg ist das nächste Tageshoch nicht. Das ist das Tageshoch vom 15.06. Das liegt dann um die 84,458. Und wenn es dann doch noch zu etwas mehr Dynamik kommt, dann können wir hier oben auch ohne weiteres die 85,012 anläufen, weil diese Korrektur kann ja bis hier oben hin laufen. Also das ist ja aus Trendgesichtsweise, ist es ja kein Problem, wenn der Markt bis hier ranlaufen sollte. Erst hier oben wird es ein Aufwärts-Tran. Das heißt, diese starke Dynamik kann uns ohne weiteres auch noch eine Weile erhalten bleiben. Je länger natürlich so eine Stange nach oben läuft, je größer wird die Wahrscheinlichkeit auch einmal mal einer Korrektur. Das sehen wir hier. Und wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart auch anschauen, das zoome ich gleich mal etwas größer für Sie, dass wir hier die Bewegung etwas besser sehen, dann haben wir halt momentan die Situation, dass wir die Schwäche, die wir hier gesehen hatten, der Rückgang ist mittlerweile wieder weg. Dieser Abwärtstrend hier ist gebrochen und wir haben jetzt einen Markt, der trendförmig nach oben läuft. Das ist dann das Zeichen dafür, dass der Markt eher das Szenario spielt auf die steigenden Kurse, die wir hier haben. Das heißt, eher das Szenario spielt, in die übergeordneten Hochs zu laufen, die wir besprochen haben. Also hier sehen wir, was der Markt macht. Wir können in der untergeordneten Zeit sehr schön sehen, in welche Richtung der Markt die Ideen spielt. Deswegen haben wir immer zwei Handelsideen, was an solchen Stellen passieren kann. Und das, was der Markt dann spielt, ist dann das, was wir entsprechend auch eingehen können. Da wir jetzt hier ja auch einen Markt haben, der schön nach oben läuft, kann man das Ganze auch in den kleineren Zeiteinheiten traden. Das heißt, setzt sich diese Stärke hier nach oben hin fort. Schaut mal mal in die 5 Minuten, da sehen wir natürlich einen schön nach oben laufenden Markt. Wir sehen natürlich auch diesen entsprechenden Aufwärtstrend hier. Aber der Markt ist momentan sehr, sehr dynamisch. Nur wir sehen in den 5 Minuten halt schön, auch wenn Korrekturen auftreten und sich der Markt wieder nach oben fortsetzt. Das ist das Bild. Also hier sehen wir 1 zu 1 natürlich das, was wir im Aufwärtstrend oder in diesem Markt der Stunde hier entsprechend auch sehen. Ich zoome das mal noch ein bisschen kleiner. Also hier, das war quasi der Rutsch, den wir in der Stunde entsprechend gesehen haben. Einfach mal mit Blick in den 5 Minuten statt. Also hier, das war der Abwärtstrend der Stunde. Das ist jetzt der Aufwärtsmarkt der Stunde. Wir haben hier auch ein bisschen Volatilität drin. Das ist ganz normal. Die kam auch über die Nacht. Jetzt ist es halt interessant, was der Markt hier macht. Und wir sehen ja mit dem großen Fokus, was hier im Endeffekt passieren muss. Das heißt, wir haben jetzt hier die erste Aufwärtsbewegung, die diesen Abwärtstrend gebrochen hat. Wir haben jetzt hier grob mal in der Stunde die Korrektur gehabt. Und jetzt läuft der Markt hier hoch. Und was wir vom Prinzip her brauchen, wäre die Situation, dass wir hier oben drüber über diesen Punkt laufen. Dann haben wir in der Stunde definitiv einen Aufwärtstrend, der dann in den Trend des Tages läuft. Wenn Sie sich das mal anschauen, das wäre dann der Trend entsprechend hier hoch. Also der Trend auf Tagesbasis ist noch abwärts gerichtet. Aber momentan haben wir ja die Korrektur. Und wenn die Korrektur hier weiterläuft, dann haben wir ja den aufwärtslaufenden Stundentrend. Und das ist das Interessante, was wir hier in diese Richtung auch mit sehen. Und das ist dann das, was wir in den kleineren Zeiteinheiten zum Traden nutzen können. Das heißt, wenn der Aufwärtstrend hier in der Stunde weiter nach oben geht, dann läuft der in die Bewegung, hat quasi den Gleichlauf in die Bewegung hinein innerhalb der aktuellen Korrektur, weil diese ist ja logischerweise auch aufwärtsgerichtet. Also so viel zum Kan-Dollar, japanischer Yen. Schauen wir uns mal das nächste Währungspaar an. Das ist der US-Dollar, Kan-Dollar. Den suche ich auch wieder im Tagesschat zuerst einmal raus. Hier haben wir eine interessante Situation innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends. Sie sehen ja hier, wir hatten einen Markt mit einer sehr, sehr weiten Bewegung, hat auch untergeordnet etwas getrendet. Jetzt sind wir hier in der Korrektur des Ganzen. Wir haben gestern an dieser Stelle das erste Signal nach oben bekommen. Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich jetzt hier noch diese Marken drinnen habe. Wir hatten vor kurzem über dieses Währungspaar gesprochen, wo wir hier entsprechend den Markt hier oben mit der Oberseite hatten und hier unten mit diesen leicht ansteigenden Kursen vom Dreieck her. Und da hat man halt auch gesagt, okay, entweder der Markt findet die Stärke, um hier oben drüber rauszugehen. Dann laufen wir weiter nach oben oder aber der Markt bricht. Das heißt, nach so einer weiten Bewegung ist halt irgendwann auch mal eine Korrektur fällig. Anlaufpunkte waren dann hier unten diese Marken, dieser Tagestiefs von 1,31,954 und 1,31,524. Das waren mal so die Marken, die ich hier in dem Chart gesehen habe als Korrekturanlauflevel. Sie sehen auch, was passiert ist. Der Markt ist sehr, sehr schön dort reingelaufen. Das hat jetzt nichts mit Wissen zu tun, sondern einfach mit Erfahrung, dass man so sieht, wo suchen denn im Endeffekt auch Investoren immer mal Anlaufpunkte. Und das sind halt die wichtigen Marken hier im Chart, wo wir immer wieder den Fokus drauf richten. Und jetzt haben wir gestern hier nach diesen zwei Tagen deutlichen Kursrückgängen eine Kerze gesehen, die nach oben gelaufen ist, eine grüne Kerze. Und das könnte ein erstes Umkehrsignal gewesen sein. Die Korrektur kann selbstverständlich noch deutlich tiefer laufen. Aber wir haben ja schon ein schönes Stück Korrekturlevel geschafft, wenn diese Stärke hier erhalten bleiben sollte. Sie sehen ja, der Markt kommt momentan noch nicht so richtig vom Fleck. Das kann auch ein bisschen an der Zeit liegen. Das heißt hier, wenn der Markt an Stärke fortsetzt, dann haben wir hier erst mal das Tageshoch von gestern um die 1.32.261 als Anlaufpunkt. Und danach steht das nächste Hoch, das nächste Tageshoch bei 1.32.685 im Markt, wenn der Markt die Stärke wiederfindet. Andererseits, wenn die Korrektur noch weiterläuft, dann haben wir nach unten natürlich hier in relativer Nähe das Tagestief vom 29.06. liegen. Das liegt bei 1.31.280. als erster Anlaufpunkt. Und kurz darunter bei 1.30.891 liegt dann die nächste Unterstützung hier, das nächste Tagestief, was der Markt auch anlaufen könnte. Kommt es dort nicht zu weiteren Verkäufen, dann könnte es auch sein, dass der Markt dort wieder nach oben dreht. Ein weiterer Anlaufpunkt hier, was gerne angelaufen ist, wenn die Korrektur doch dynamischer nach unten laufen sollte, wäre auch erst einmal das Ausbruchslevel, was wir hier unten hatten. Sie sehen ja an dieser Marke hier, um die Kurse von 1.30.455 ist der Markt nach oben gegangen, hat also neue Hochs geschrieben. Das sind die interessanten Level, wo der Markt auch hinlaufen könnte, wenn er überhaupt zu tief korrigiert. Und das lassen wir uns auch von der Stunde einfach mal zeigen, was wir hier in diesem Bereich auch haben. Wir haben ja gesehen, die Korrektur lief sehr dynamisch ab. Das heißt, sie haben ja starken Abrutsch nach unten gehabt. Und hier haben wir es halt gesehen. Wir hatten hier unten diesen letzten Rest an Korrekturtrend. Der ist dann nach oben hier gebrochen worden. Und hier tendiert der Markt jetzt vom Prinzip her nach oben, bildet hier sogar einen untergeordneten Trend aus. Und jetzt, das ist halt jetzt der Scheideweg, was wir hier vom Prinzip her machen. Das heißt, läuft der Markt denn hier nach oben oder läuft er weiter nach unten? Heißt vom Chartbild her nichts anderes, als wenn wir mal dieses Stück Trend hier nehmen. Ich weiß, hier unten war auch noch ein kleiner Rutsch, aber der ist mir persönlich zu klein, um das jetzt auch zu stark zu beachten, weil er lief auch in der Nacht. Das heißt, wir nehmen mal das große Bild, wenn man etwas weiter wegzoomt, haben wir hier jetzt halt diesen Aufwärtstrend, der im Moment halt, wir sehen es auch innerhalb seiner Korrektur steht. Und wenn das Ganze wieder rumdreht, dann haben wir hier das Thema der Korrektur. Und dann läuft der Markt entsprechend nach oben. Und das sind dann die Signale, wo wir sehen, jetzt kommt der Markt hoch, jetzt will er nach oben. Und das wäre dann das positive Signal, dass die Kerze, diese Umkehrkerze vom Vortag auch bestätigt wird, um damit entsprechend die Signale bzw. die Szenarien auf der Oberseite entsprechend auch zu traden. Und damit wäre dann gegeben, dass der Markt nach oben dreht. Fällt das Ganze in der Stunde ab? Das wäre dann natürlich die Situation, dass der Markt nach unten Stück für Stück auch weiter mitläuft. Und das sind halt interessante Levels, was man sich auch anschauen kann. Und wenn Sie solche Kerzen hier beispielsweise morgens in der Vorbereitung für Ihre Charts sehen, solche Tageskerzen, dann macht es halt auch mal Sinn, mal zu schauen, wie sieht denn die Overnight Range aus? Das heißt, gibt es hier vielleicht flache Ranges, die sich interessanterweise bilden? Wir haben jetzt hier an der Stelle nicht wirklich viel, aber so eine flache Range sieht beispielsweise so aus hier in diesem Bereich. Das ist jetzt eine Zeit, wo wir natürlich das Ganze schön beobachten können, aber die ist dann halt doch deutlich größer geworden. Da macht es keinen Sinn. Aber wenn Sie so Kerzen mit flachen Kerzenkörpern sehen, dann schauen Sie sich ruhig mal die untergeordneten kleinen Zeiteinheiten an. Wenn wir solche flachen Ranges haben, dann kommt der Ausbruch häufig und auch sehr, sehr dynamisch, wenn es in Trendrichtung auch geht. Das ist dann spannend. Wie schon gesagt, hier hat das Ganze nicht gehalten, aber hier will ich Ihnen einfach mal ein Bild zeigen, wie Sie aus den Charts, die ich Ihnen ja zeige, auch noch ein paar andere Ideen rauszaubern können, um entsprechend hier Ihre Handelssetups und Handelssignale entsprechend vom Markt auch herauszuziehen. Und damit kommen wir zum italienischen Aktienindex. Der hat mir gestern in seiner Entwicklung sehr, sehr gut gefallen. Was hat mir gestern gut gefallen? Wir haben sehr schöne dynamische Bewegungen nach oben gesehen. Schauen Sie mal, ich habe das Bild jetzt hier im Chart mal etwas klein gemacht, dass wir genug Historie auch sehen. Wenn Sie sich den Chartverlauf hier mal anschauen, haben wir hier unten um die Kursmarke, was ich grün markiert habe, um die Kursmarke von 21.000 über den Daumen 300 Punkten. Das ist so ein Level gewesen, wo der Markt in den letzten Tagen oder in letzter Zeit hier nicht wirklich massiv nach unten wollte. Das heißt, wir sind mal herangelaufen. Wir haben ja auch mal durchgepiekst, aber dieses Level wurde immer wieder dazu genommen, nach oben zu laufen, nach oben zu drehen. Und dieses Verhalten haben wir gestern auch gesehen. Das war jetzt nichts Nachhaltiges. Also dieser Abprall nach oben hin war nie nachhaltig gewesen. Was heißt Nachhaltiges? Hat halt nie dazu geführt, dass wir massiv schön den Aufwärtstrend gesehen haben, sondern es ging halt immer mal ein Stück nach oben. Das heißt, das hat auch für kurzfristige Trades auch mal ausgereicht. Sie sehen es auch hier. Und da ist es halt wichtig, dass wir uns an die Volatilität der Märkte auch halten, dass wir halt auch sagen, okay, wir versuchen jetzt hier nicht ewig lang zu traden, weil dafür ist der Markt zu unsicher. Er hat hier untergeordnet versucht, einen Aufwärtstrend zu bilden. Der wurde dann wieder gebrochen. Jetzt ging es wieder etwas nach oben. Also Sie sehen, wir haben hier häufig solche Fehlsignale, wo man einfach sagt, okay, es wäre jetzt blöd, sich hier unten sozusagen oder andersrum bei der Trendentstehung hier oben einstoppen zu lassen und seinen Stopp hier unten hinzulegen, nur um dann hier unten wieder abgefischt zu werden. Das heißt hier, das ist aus meinen Augen, also das ist die Meinung von mir, Mike Seidel, ein Markt, den man eher jetzt auf der kurzfristigen Uhr haben sollte, weil wir haben hier untergeordnet. Sie sehen es einen bestehenden Abwärtstrend. Aber ein Rebound ist immer möglich. Wir haben das ja gesehen. Die Märkte haben in den letzten beiden Tagen immer von unten Luft geholt und sind dann nach oben gegangen. Und das ist das Szenario, was wir hier entsprechend auch mit sehen, dass der Markt hier gestern hochgelaufen ist, also durchgeatmet hat. Er hatte ein Gap zum Freitagsschluss und dann lief er wirklich richtig schön nach oben. Wenn sich dieses Szenario, dieser positive Trend auch durchsetzt, beziehungsweise etwas anhält, dann wäre auf der Oberseite der nächste Anlaufpunkt mal das Tageshoch von ungefähr 21.843 Punkten. Das wäre mal ein Anlaufpunkt. Wenn es wirklich super gut läuft, dann hätten wir hier die Situation, dass natürlich auch noch weitere Vortageshochs vor uns liegen. Heißt halt hier um die 21.953. Dann haben wir hier die 22.200 Punkte Marke, bevor wir das Hoch hier oben von 22.300 Punkten in etwa anlaufen können, wenn die Dynamik sehr, sehr schön bleibt. Immer einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass auch du mal wieder die Zeit findest, hier mit hinein zu schauen. Das war also hier die Oberseite. Wenn der Markt allerdings wieder zur Schwäche neigen sollte, das kann ja auch immer wieder passieren, dass dieser Schub von unten sich weiter fortsetzt, dann hätten wir die Situation, dass wir nach unten laufen, hier unten drunter und dann entsprechend schauen Sie hier, haben wir das Tagestief, das nächste Tagestief vom 29.05 liegen. Das haben wir um die 21.000 Punkte Marke, 21.035 haben wir hier stehen, bricht. Auch das haben wir hier eine leichte Unterstützung noch. Sie sehen es, wo ich es hergeholt habe in den Trendverläufen der Vergangenheit bei 20.844, bevor wir hier einen Bereich hatten, wo der Markt auch häufiger mal getroffen hat und dann eine Art Boden ausgebildet hat. Das könnte auch noch als weitere Unterstützung laufen bei 20.600 Punkten in etwa. Das wäre dann auch ein Bereich, wo wir dann sehen, wenn der Markt das runterläuft, dann sehen Sie hier, haben wir diese starke letzte Bewegung, wo dann eine Korrektur gefolgt ist und diese Korrektur sich dann in dem Moment nach unten fortsetzen würde in diese Bereiche hier rein. Also das wäre mal das Szenario auf die Unterseite. Da muss man einfach schauen, was der Markt hier spielt. Schauen wir uns das Ganze auch mal in der Stunde an. Dann sehen wir hier in der Stunde nichts, was mich persönlich jetzt wahnsinnig vom Hocker reißen würde. Aber was halt interessant ist, dass hier die Stunde schön trendet. Wenn Sie sich das mal anschauen, wir hatten ja schön Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Jetzt laufen wir wieder in die Bewegung rein. Und wenn wir uns mal diesen kleinen untergeordneten Trend anschauen, das ist, wenn Sie sich dieses Konstrukt hier mal angucken, das ist weder Fleisch noch Fisch. Hier hat der Markt einen Aufwärtstrend gemacht, den hat er gleich mal wieder gebrochen. Jetzt trendet er wieder nach oben. Also es ist eine komische Situation in diesem Index. Aber für kleine, kurze Trades kann dieser Index immer wieder gut sein. Das heißt, wenn wir hier diesen Aufwärtstrend der Stunde mal sehen, da sehen wir hier unten auch schön die Umkehrsignale in diesem Bereich. Und wenn wir uns das mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, gucken Sie sich das einfach mal an, was hier passiert. Das ist sozusagen jetzt mal der Trend entsprechend der Stunde. Und wir haben hier unten immer wieder diese Umkehrsignale in Trendrichtung hinaus. Dieser Bruch der Korrektur und dann nach oben. Das wäre sehr, sehr spannend, das Ganze zu sehen. Und wenn das weiter fortläuft, dann haben wir wirklich im kurzfristigen Bereich erstmal hier oben diesen Anlaufpunkt in den 5 Minuten. Ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz ein. Und wenn der Markt halt weiterläuft, schauen Sie mal, da haben wir halt in diesem Trend aus der Vergangenheit hier immer wieder Punkte, wo der Markt auch mal ranlaufen kann. Ich meine, das sind jetzt kleine Zeiteinheiten. Die haben nicht so ganz die Aussagekraft wie eine große Zeiteinheit. Nur es ist es wert, bei der großen Volatilität sowas einfach mal zu betrachten und hier entsprechend mit drauf zu schauen. Also an dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesen Ideen. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere mitnehmen und die Trades für sich persönlich auch gewinnbringend umsetzen. Wir lesen voneinander wieder morgen spätestens um 8 Uhr, wenn der Blog auf Tickmail veröffentlicht wurde und dann um 8.30 Uhr pünktlich zur Marktvorbereitung hier wieder im Webinar live auf Facebook, beziehungsweise diejenigen von Ihnen, die sich das Ganze im Nachgang auf der Aufzeichnung anschauen. Schauen Sie ruhig in den YouTube-Kanal von Tickmail rein. Abonnieren Sie das Ganze, dann verpassen Sie auch keine Webinare. An dieser Stelle einen schönen Handelstag und bis morgen machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.